Bereit! Seid ihr auch bereit für ganz viel Spaß beim Bluey-Tag? Ja! Wird das total lustig? Freut euch auf jede Menge Spiele zum Tanzen, Lachen und Mitmachen. Verehrte Damen und Herren, willkommen in unserem Zirkus. Und aufgepasst, es gibt ganz neue Bluey-Kurzgeschichten. Das Kätzchen möchte ein Schläfchen machen. Was habe ich verpasst? Der Bluey-Tag. Samstag den ganzen Tag ab 5.45 Uhr im Disney Channel.